Herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Full Day of Eating, das heißt ich zeige euch, was ich den ganzen Tag lang esse. Ich glaube das ist ganz cool, vor allem ich versuche da natürlich viele Tipps zu geben für dich, dass du auch eine bessere Idee hast, wie du deine Ernährung am besten umsetzen kannst, beziehungsweise was du da vielleicht noch optimieren kannst. Und genau, es ist jetzt eigentlich noch recht früh, das heißt ich ziehe jetzt noch so ein bisschen Morgenroutine oder so durch und dann sehen wir uns gleich beim Frühstück. Und es ist eigentlich schon relativ spät, um 7.20 Uhr, ich frühstücke sonst eigentlich mehr so um 6.20 Uhr oder so. Ich bin aber auch zu spät aufgestanden, weil ich gestern zu spät schlafen gegangen bin. Und klar, man muss natürlich so eine Schlafroutine auch selber für sich aufbauen und da muss ich jetzt nach den Ferien wieder definitiv wieder reinkommen. Allerdings ist es jetzt nicht so, wenn ich zu spät schlafen gehe, dann will ich auch nicht sagen, okay zack, jetzt schlafe ich halt nur 4 Stunden, weil das ist halt auch ziemlich mies. Wie auch immer, jetzt gibt es hier Frühstück, das sieht jetzt noch naja aus, dementsprechend wird das gleich schön vermischt. So, perfekt, jetzt sieht es gut aus. Und auch habe ich hier immer noch dabei, ja einfach einen Apfel und hier drunter noch Supplements. Zack, dazu sage ich nochmal kurz was. Also grundsätzlich, das soll jetzt hier sicherlich keine Empfehlung oder gar nicht sein, weil da müsste ich mich, also das sollte natürlich teilweise individuell sein. Und ich würde auch nicht empfehlen, so viel Vitamin D3 zu nehmen. Das mache ich jetzt auch nicht so, weil ich einfach denke, ja viel hilft viel. Sondern aus einem bestimmten Grund, weil ich weiß, welchen Vitamin D3-Wert ich aktuell habe. Ich weiß, wohin ich will und ich weiß, wie viel ich nehmen muss am Tag, um in wie vielen Tagen auch immer. Also in, ja, ich habe jetzt so auf 20 Tage das gerechnet. Das heißt, ich nehme jetzt, doch kann man schon sagen, 16.800 internationale Einheiten am Tag. Das ist natürlich schon ordentlich. Aber damit schaffe ich es einfach auf den Wert X zu kommen. In 21, 23 Wochen also. Und dann bin ich da und dann nehme ich natürlich auch wieder weniger. Und sonst habe ich da noch Omega-3. Genau, also ist jetzt nicht so, dass man das machen muss. Beziehungsweise man kann natürlich auch noch viel mehr nehmen. Klar, aber das ist einfach nur so, weil ich es gesagt haben will, weil ich es nehme und da jetzt nichts irgendwie verheimlichen muss. Genauso fragst du dich bestimmt auch im Porridge, was dieses Soja, Lecithin, Granulat, was auch immer da ist. Das habe ich mir ja gestern gekauft. Also eigentlich recht günstig bei DM gibt es das einfach. Und ich hatte dazu ein bisschen was gelesen. Es hört sich auf jeden Fall vielversprechend an und da werde ich es einfach ausprobieren jetzt. Dementsprechend, ja, nehme ich das. Aber ist jetzt nicht, also keine Empfehlung, beziehungsweise muss. Ich probiere das einfach aus, ob man da jetzt so die Resultate wirklich messbar spüren sehen wird. Weiß ich auch nicht, bezweifle ich mal. Aber ich denke, bei dem Preis kann man es einfach mal versuchen oder ein bisschen Glauben schenken. Von daher freue ich mich da auf jeden Fall drauf. Und genau, auch von den Nährwerten eigentlich ganz nice. Habe ich erstmal schon mal gut was drin an Kalorien, aber auch genügend Proteine. Also man will jetzt nicht ein Frühstück haben und da sind gar keine Proteine oder so drin. Das wäre sicherlich schlecht. Ansonsten, was jetzt auch noch besonders ist, dass ich heute Morgen, da ein bisschen was in der Schule ausfällt, gleich ins Training gehen kann. Also es gibt ein Beintraining. Und was will man da drauf achten? Also man will jetzt natürlich, die letzte Mahlzeit vom Training sollte nicht zu groß sein, beziehungsweise in so einem Zeitabstand, dass man sie gut verdaut hat. Und da spielt natürlich dann rein, dass man auch nicht zu viel Fett haben will. Also ich nehme immer als Negativbeispiel irgendwie eine halbe Stunde vor dem Training eine große Schüssel Spaghetti Bolognese. Das wäre sicherlich so das maximal Schlechte, was man machen kann. Dementsprechend esse ich das jetzt und ich denke dann so in ein, eineinhalb, zwei Stunden vielleicht geht es ins Training und dann denke ich, passt das auch relativ gut. Ich bin jetzt wieder zurück vom Training, war auf jeden Fall richtig, richtig krass. Also das Beintraining zerstört einen schon nochmal auf einem anderen Level als Push oder Pull. Ja, auf jeden Fall war richtig nice. Ich musste dann, am Ende habe ich noch Abduktorenmaschine, die habe ich geskippt aus Zeitgründen. Und bei den Waden habe ich nur ein statt zwei Sätze gemacht, weil ich da noch Muskelkater hatte und dann macht es nicht ganz so viel Sinn, außerdem so kurz davor bei jeder Wiederholung einen ganz ekelhaften Krampf zu kriegen. Dementsprechend denke ich, geht das auch einigermaßen klar. Genau, ansonsten war das Training auf jeden Fall wieder richtig nice. Ich war ja jetzt weg und konnte deswegen dort ein bisschen trainieren, aber jetzt auf jeden Fall wieder mit den Maschinen. Kraftwerte waren gut, wobei hier und da zum Beispiel bei den Bulgarian Split Squats habe ich schon ein bisschen gemerkt, dass ich da jetzt nicht gleich wieder mit dem Gewicht einsteigen kann. Aber war auf jeden Fall definitiv intensiv und hat Spaß gemacht. Und jetzt gibt es auf jeden Fall noch die Post-Workout-Mahlzeit gleich. Genau, ihr habt es gesehen, nächste Mahlzeit, also Post-Workout-Mahlzeit sind jetzt ganz klassisch, also ich glaube klassischer geht es gar nicht, Cornflakes und ein Protein-Shake. Also genau, Mengenangaben seht ihr hier und das Ganze hat Nährwerte, also 521 Kalorien, 37 Gramm Proteine, 77 Gramm Kohlenhydrate und 6 Gramm Fette. Und dazu nach dem Training gibt es hier auch noch, ja, Kreatin, keine Werbung. Aber genau davon 8 Gramm, also wieso 8 Gramm? Man sagt ja eigentlich immer so 3,5 Gramm bis 5 Gramm. Allerdings, ich glaube die, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber die Studien, die gemacht werden, die die ganzen Vorteile zeigen, werden immer gemacht mit 0,1 Gramm pro Kilogramm. Und irgendwo ist es ja auch logisch, dass man das anhand des Körpersgewichts abmacht. Also man kann ja jetzt nicht sagen, also ein 50 Kilo Athlet wird ja wohl einen anderen Bedarf an Kreatin haben wie ein 120 Kilo Athlet. Also sollte auf jeden Fall logisch sein. Und da, wenn du auf der ganz sicheren Seite sein willst, 0,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also bei mir 80 Kilogramm, wären dementsprechend dann 8 Gramm. Und apropos 80 Kilogramm, das ist auch eine richtig coole Sache. Nämlich am Sonntag das erste Mal wieder gewogen und zwar mit 80 Kilogramm. Und das ist schon eine richtig, richtig coole Sache, weil ich habe meinen Aufbau ziemlich genau vor einem Jahr angefangen. Und zwar mit 63,7 Kilogramm und bin jetzt halt bei 80 Kilogramm. Dementsprechend sind das so 16 bis 17 Kilogramm, die ich zugenommen habe in diesem einen Jahr. Und das ist schon wirklich, also so 80 Kilo, das war immer so ein Meilenstein, sage ich mal. Also nicht, dass ich jetzt direkt in die Diät gehe oder so, ich werde schon den Aufbau weitermachen. Aber es ist doch schon ein Meilenstein, wie gesagt. Also das freut mich auf jeden Fall sehr. Ich blende vielleicht hier auch mal so ein paar Bilder ein oder so. Genau, das ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Und zeigt einfach, wie wichtig das ist, einfach kontinuierlich dran zu bleiben. Also es bringt nichts, wenn du, also klar der Kalorienüberschuss, das ist das Entscheidende. Aber sagen wir mal, du bist einen Tag im Kalorienüberschuss und dann zwei Tage wieder, keine Ahnung, was ich esse und so. Dann wird dich das langfristig halt nicht voranbringen. Das heißt, es ist wirklich das, was du kontinuierlich machen musst. Also wirklich dranbleiben, langfristig. So, also alles gegessen, frisch gemacht, geduscht und so. Aber jetzt muss ich mich tatsächlich ein bisschen an der Zeit ranhalten, weil in 3-4 Minuten beginnt mein Unterricht. Das heißt, ich muss schauen, dass ich nicht viel zu spät komme. Ja, zum Glück immerhin nur zwei Stunden, die ich heute absitzen muss. Ja, muss irgendwie auch Prioritäten setzen. Auf jeden Fall, was ich euch noch zeigen wollte. Nämlich immer gut für die Schule auch einen kleinen Snack dabei zu haben. Und hier gibt es jetzt einfach 400 Gramm Brokkoli, nehme ich mir mit. Wieder back at home. Also ging eigentlich alles gut, irgendwie nur 4-5 Minuten zu spät. Und verpasst. Kann man jetzt auch nicht sagen. Dementsprechend, jetzt wird erstmal dafür gesorgt, dass was auf Social Media auch an Content kommt. Also, ja, kommt eigentlich jeden Tag natürlich. Versuche ich, also ich glaube, ich schaffe es eigentlich auch jeden Tag was zu posten. Und man kann, wenn man das jetzt nicht mal gemacht hat, auch überhaupt nicht anschätzen, wie viel Zeit oder Arbeit dahinter steckt. Selbst bei so einem kleinen Video, das sind dann vielleicht 20 Sekunden. Das sind auch erstmal, meistens habe ich da 10 Minuten Videomaterial, was ich erstmal auf 10 Sekunden oder 30 Sekunden oder so runterkürze. Zum Beispiel für ein Rezept jetzt. Macht mir aber natürlich Spaß. Das heißt, das wird jetzt gemacht. Dann poste ich was und dann, ja, gibt es irgendwann auch wieder eine nächste Mahlzeit. 1.100 Kalorien als Snack für zwischendurch. Damit nimmst du garantiert zu. Wir brauchen 4 Scheiben Toastbrot und nach dem Toasten beschmieren wir es mit Erdnussbrotter. 70 Gramm insgesamt. Jetzt schälen wir 2 Bananen und schneiden sie in kleine Scheiben und verteilen sie auf die Toastbrot. Und schon kannst du es dir schmecken lassen. Folge für mehr Rezepte. 44 Versuche. Also so oft, so viele Versuche brauche ich eigentlich nicht, aber ist schon stressig. Aber man will es natürlich auch jetzt, was heißt perfekt haben, aber ein gewisses Maß sollte schon dabei sein. Weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, 30 Sekunden lang da rumstotter oder Luft hole oder was weiß ich nicht, falsche Sachen sage, dann bringt das ja auch nichts. So, gerade fertig mit Posten. Also auf Instagram, TikTok und hier natürlich folgt mir da auch. Also ich denke, es macht einfach Sinn. Ich versuche da wirklich sehr viel Content zu bringen. Rezepte zum Zunehmen, Muskelaufbau wirklich top. Dann natürlich auch Tipps für Training, Ernährung und so weiter. Und wenn du da irgendwelche Fragen hast, kannst du mir da auch gerne jederzeit eine Nachricht schreiben. Ich mache da auch oder versuche da öfters Q&As zu machen. Da kannst du dann auch Fragen stellen. Das heißt, folgen wir da auf jeden Fall. Jetzt sind wir auch bei der nächsten Mahlzeit angekommen. Und zwar gibt es hier einfach Nudeln, Hackfleisch und Tomatensauce. Ist jetzt tatsächlich schon ein bisschen später. Ja, 17 Uhr. Das ist ein bisschen dumm, weil ich habe irgendwie mehr oder weniger nur die Zeit verschwendet, nicht wirklich was Produktives gemacht. Ja, auf jeden Fall, was hat das für Nährwerte? Ich schaue lieber nochmal nach, damit ich es genau sage. Und zwar 1100 Kalorien und ca. 63 Gramm Proteine. Auf jeden Fall, das esse ich jetzt. Und dann werde ich wahrscheinlich die nächsten 1-2 Stunden damit verbringen, noch auf Instagram Nachrichten anfragen und DMs zu beantworten. Und jetzt schaut euch einfach mal den Unterschied an zwischen dem Magerquark im ersten Bild und dem Magerquark im zweiten Bild. Das ist so eine krasse Verbesserung der Konsistenz. Einfach nur dadurch, dass man das Ganze mit Wasser mischt. Von daher, das ist auf jeden Fall echt eine Empfehlung. Und das gibt es zum Abendessen, Magerquark. Ansonsten esse ich gerne auch noch Rühreier abends. Einfach so 4, 5, 6 Eier oder so. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Mahlzeit. Allerdings habe ich mir gedacht, das passt heute nicht ganz so viel mit den Fetten rein. Und dazu sage ich gleich nochmal was. Nämlich schauen wir uns jetzt insgesamt an, was ich so den ganzen Tag lang gegessen habe. Beziehungsweise Kalorien und Makronährstoffverteilung. Also Kalorien habe ich 3.018 Kalorien. Natürlich ist auch immer die Frage, wie sehr schwankt das. Also wenn auf einer Lebensmittelpackung steht, das hat jetzt 350 Kalorien, dann gibt es da natürlich auch Schwankungen, weil die Lebensmittel einfach nicht gleich sind. Aber damit wollen wir gar nicht erst anfangen. Also Proteine 201 Gramm, Kohlenhydrate 347 Gramm und Fette 84 Gramm. Was ist jetzt damit so ein bisschen mein Problem? Also das ist natürlich jetzt sehr perfektionistisch. Ich meine, ich habe meine Kalorien getroffen, ich habe meine Proteine getroffen. Da jetzt noch weiter zu machen ist natürlich... Ja, aber vielleicht kann man ja doch ein bisschen was rausholen und vielleicht versteht ihr, was ich meine und könnt es vielleicht auch für euch anwenden. Deswegen sage ich es einfach mal. Und zwar erstmal Proteine. 201 Gramm, das ist, ich will nicht sagen zu viel, weil schädlich ist es natürlich ganz klar nicht. Aber jetzt mal von 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht ausgehend, wären das ja bei mir 160 Gramm. Sagen wir mal ein bisschen mehr drauf, 180 Gramm. Auch noch alles super. Jetzt aber diese 20 Gramm zusätzliche Proteine hätte ich zum Beispiel auch in Kohlenhydraten essen können. Und jetzt ist die Frage, bringen mir die zusätzlichen Proteine mehr? Ich glaube nicht so viel. Würden mir die zusätzlichen Kohlenhydrate mehr bringen in Richtung Performance, Regeneration und sowas? Vielleicht denke ich, dass mir das mehr bringen würde. Genauso mit den Fetten 84 Gramm. Okay, das ist jetzt nicht extrem viel und das liegt natürlich am Hackfleisch. Das ist natürlich ein sehr fetthaltiges Lebensmittel, was ich jetzt auch nicht jeden Tag so esse. Zum Beispiel Putenfleisch oder so wäre eine Alternative, was natürlich viel, viel weniger Fett hat. Dementsprechend Fette könnte man auch wesentlich niedriger machen. Ich sage mal mit 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist jetzt okay. Aber wenn ich zum Beispiel 60 Gramm essen würde, dann hätte ich doch nochmal deutlich mehr Kohlenhydrate. Und das heißt jetzt natürlich nicht, dass du sagen musst, oh ich darf nicht so viele Fette essen. Ich sage mal ganz einfach, wenn du Probleme hast auf deine Kalorien zu kommen, dann sind die Kalorien das Allerallerwichtigste. Und wenn es dir leichter fällt, mit mehr Fetten auf diese Kalorien zu kommen, dann absolut macht das. Die Sache ist, ist es jetzt, wie vorhin schon gesagt, etwas perfektionistisch vielleicht. Aber dennoch macht es mir Spaß, da so ein bisschen in die Richtung zu gehen und da versuchen noch zu optimieren. Von da auf jeden Fall, das ist alles cool. Genau, das war es eigentlich auch schon mit dem Full Day of Eating. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte ein bisschen was mitnehmen, habe vielleicht ein paar neue Sachen gelernt. Gerne lasst dem Video ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert, stellt Fragen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir gerne auch eine DM auf Instagram schicken. Und dann bis zum nächsten Video.